Ich hasse Fußcreme wie die Pest. Wenn hier Fußcreme an den Händen ist, da kann auch nichts mehr passieren. Warum das denn? Ich habe doch keine Lust, Fußcreme in meiner süßen Liebesgrotte zu haben. Das finde ich ekelhaft. Das zieht doch ein. Das ist ja auch das Gleiche wie Bodylotion. Wenn sie sich einölen würde und sagen würde, ich öle mich noch kurz ein, dann geht es sofort los. Das ist ja was ganz anderes. Dann müssen wir nicht sagen, dass du es ekelhaft findest. Weil Öl auch geil ist. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik.